Und da war ja auch noch die Plattform. Hä? Irgendwie ist das total verwirrend hier. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen. Wieso kann ich das nicht nehmen? Das kann nur eher so schwer. Mal gucken, was hier so abgeht. Okay. Jetzt haben wir erstmal die Kisten hier ein. Was war das gerade? Das Geräusch. Gut. Da ist ein Wildschweib. Was das hier jetzt ist, äh... Keine Ahnung. Fehlt irgendwie was. Vielleicht gehört das mit dem Ding da vorne dazu. Ich weiß es nicht. So ein paar Hälber eingesammelt. Aber was ist denn jetzt mit diesem... mit der Plattform mit dieser Druckplatte weiter hinten? Sind die Schalter alle da? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Das Spiel ist verwirrend. Weil hier ist wieder sowas. Ja. Und dann ist hier noch sowas. Was das jetzt auslöst, weiß ich nicht. Vielleicht auch nicht. Ich gehe mal gucken. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Weil da kann ich es wahrscheinlich nochmal machen. Hm. Da, 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 da. Aber der Wind ist immer noch da. Ja. So. Und jetzt vorsichtig drüber springen. Nein. Das gibt es doch gar nicht. Ich bin extra in der Mitte so nochmal den zweiten Sprung gemacht. Ich will da jetzt hin. Das gibt es doch nicht. Ich will da hin. Ich sehe, da hinten sind noch Kisten. Da sind auch noch Kisten. Hä? Hab ich die nicht zerstört? Oder hab ich die nicht gesehen? Ich hab die doch alle mitgenommen. So kommen die dann wieder. Oder ich guck einfach mal. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und wenn doch. Dann eben doch. Und nicht. Und doch. Von näher und je hin. Hallo Schweinchen. Da ist grün. Da ist auch grün. Und dann, äh, natürlich noch da hinten. Hier sind auch noch Kisten. Hier. 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 Ah, diese. Was? Eigentlich wollte ich mir nicht einschnappen und dann. Tja, alles daneben. Oh, die sind ja schon, die sind hier. Die verfolgen mich hier. Das gibt's doch gar nicht. Die haben Probleme. Oh, pass auf. Wann jetzt Musik? Ähm. So, einfach ein bisschen rumschleudern und dann geht das schon. Ein wenig herumwebeln. Das ist noch einer. Kommt nicht mal auf die Idee. So. Alle? Nein. Einer hat es nicht ganz geführt. Was ist jetzt passiert? Wow. Ähm. Lalalalala. Dum, 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 dum. Also, ja, ne? Das war jetzt aber viel. Das ist, deswegen, ich muss noch mal zurück. Da geht gar keinen Weg dran. Ei. Muss ich, glaube ich, sowieso, oder? Ich sollte da hoch, sehe ich auch gerade. Aber da komme ich nur. Ah, ne, jetzt Schalter. So, er ist dran. Und darf natürlich hier ziehen. Und hier kommen die kleine Römerchen. Na du, wie geht's? Na? Eigentlich gesehen. Ja. Ist man das nicht mehr? Schauen wir nicht. Ah, schauen, wer hier ist. Papagpfeifen, dann geht das schon. Was willst du denn jetzt? Ich siehst du nicht, dass ich hier was mache. Trotz gehen, habe ich gesagt. Los. Ach so, ich muss ihn ja jetzt wieder rüber schaffen. Schieben. Es schieben, nicht einfacher als ziehen. Ich glaube, das selbe Ergebnis hinaus. Und der steht da oben ganz bequemlich. Naja, er ist ja auch der Schwächere. Da ist ein Schalter. Kaum zu glauben. Na, ich kann es nicht nehmen. Ich dachte, ich müsste es jetzt zu dem Teil dahin schieben. Ah, aber wieso war das so klar? Immer nur Römer. 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 Papier. Du kommst mir nicht. Ihr auch nicht. Ja, immer wenn ich einschleudere, dann gehen die alle weg. Man, nicht verstecken die sich immer überall. Haben voll Schiss. Sind hier gerade gespawnt. Auch geil. Ja, wenn die nicht immer weglaufen würde, dann könnte ich auch mal einen Kombo aufbauen hier. Aber die ehren ja immer durch die Gegend, weil die ja so viel Schiss haben. Vielleicht sollte ich auch mal hier die Kisten verrückt machen. Solange mir noch die Möglichkeit bleibt. Soll ich nochmal so Kisten oder? Ihr guckt, da waren jetzt gerade drei Stück. Oder zwei. Drei. Nebeneinander. Und dann war es nur noch eine. Bis man den so hinterher rennen muss. So möchte ich das gerne. Zack. Da hinten habe ich auch eingesehen. Also auch. Und er kommt freiwillig. So, drei Stück sind noch da. Nr. 1. Nr. 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 2 und 3. Da ist 3. Das ist doch gut. Ja komm. Du musst schon selbst dran springen. Magisch. Die Frage ist nur jetzt. Wie komme ich da hinten dran? Das ist noch die Alp. Das ist ein Erzwingeräusch. Ich will da hin, aber ich weiß nicht wie. Wie. Da oben ist äh. Ach so, bin ich denn auch so dämlich. Aber wofür ist wo äh. Ich habe keine Ahnung. Das ist dafür. Oder? Es war nur dafür. Wofür ist der Schalter da oben? Ich weiß es nicht. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Hä? Das so weiß ich jetzt auch nicht. Oder komme ich da nochmal drauf? Ich meine da kann ich ja jetzt einfach auch so hoch. Warum ich da jetzt auch einfach so hoch sein sollte? Weiß ich nicht. Aber ich kann es. Soviel steht fest. Was war das? Hä? Ach, das war das hier. Ich glaube das war das. Aber wie soll ich da hoch? Kann der mich nicht da hoch werfen? Ich soll doch nicht jetzt da hinspringen oder? Das geht doch nicht. Ja. Ich kann auch nicht auf das Ding. Ich soll doch nicht jetzt von hier aus da so hin. Das geht aber überhaupt nicht. Ja. 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 Das geht nicht. Ja. Jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Ja. 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 Ich will das haben. Aber wie komme ich da dran? Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ja. 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 Wie komme ich da dran? Wo ist eigentlich Idefix? Wo ist der kleine Hund? Ja. 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 Ich dachte es ist das irgendwie im Himmel zusammenhängt oder so. Ja. 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 ist hier könnte man hinspringen aber kann es nicht an und hier komme ich ja wohl erst recht nicht so ich weiß es nicht ich verstehe es nicht ich habe keine ahnung da oben ist ein schalter ja wie soll man da aber bitte hinkommen deswegen ich gehe jetzt einfach weiter mann vielleicht hätte ich das auch mit obelix machen müssen ich weiß es nicht ich kann auch nicht mehr tauschen oder ich wüsste nicht wie bin ich dann aber hochgekommen hier war das ja das ist ja schon ausgelaugt wie bin ich da noch mal hochgekommen von hier aber das geht ja jetzt nicht mehr hoch weil ich kann es ja nicht mehr verschieben und nein 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 ich muss das jetzt mal ausprobieren wo kommt hoch bei der weise sagte ich dass man überhaupt nicht hochkommt da bin ich schon wieder runter gefallen das gibt es doch gar nicht ich wollte auf das teil hier dann von da scheiße ich kann nicht springen wenn ich da oben drauf bin ich meine natürlich mist ja gut da ich nicht dahinten dran komme lasse ich jetzt sein weil ich habe keine ahnung wie man das einkommen soll ich weiß es nicht er wollte gerade schießen war wohl nix ne kollega warte mal kurz richtig hinsetzen dann geht das auch so ach dieser stuhl mann diese stuhl bei ende füße rollen ja immer also jetzt geht es wohl auch nicht er rollt immer wieder zurück das möchte ich nicht machen wo bin ich denn jetzt wort der hier war doch irgendwo gerade oder wie das jetzt eingekreist oder wird gut gut jetzt gehst du nochmal schnell hier die machen aber so viel ist das ist doch nicht einmal ich brauche einen nachschub ich brauche einen nachschub oh wieder ganz langsam gibt es ja nicht nochmal wo ich brauche einen nachschub oh wieder ganz langsam ja aber in den dingern gleich 50.000 mal die küssen kann ich jetzt nicht mehr zerstören das ist ja nicht ganz toll alter da mache ich ihn halt so blatt sollte hier alles kein problem sein gut komm her komm her komm her komm her komm her komm her doch hier das gebe ich auch noch Ist noch irgendwas hier? So, das ist dann so komisch aus. Dann ist hier glaube ich auch nichts mehr. Hier kann man nicht hoch. Da geht es aber auch noch weiter. Toll, da oben wäre was gewesen. Da komme ich aber so nicht hin. Das ist ja jetzt echt scheiße. Muss ich mit leben. Hier ist noch was. Warte mal, ist das hier einfach nur... eine Höhle? Mit Helm? Mann? Oder wo geht es hier lang? Weiß es nicht. Oder bin ich von hier gekommen? Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Oder? Ja, bin ich von hier gekommen. Ich denke, es ist immer noch da. Ich weiß immer noch nicht, wie man das kriegen soll. Gut, von da gekommen. Wieder zurück. Ähm... Wie kann ich von hier gekommen sein? Ach so, das ist da, die Höhle. Ja, natürlich. Das kann mich ja leider nicht zerstören. Ja, es ist ein bisschen blöd. Man weiß nie so recht. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. Der rutscht auch schon mal. Ist das eine Rampel? Ja, ist eine Rampel. Äh... Warte, ich wollte eigentlich da abbiegen, aber... Aber okay. Ich sammle überhaupt gerade keine ein. Toll. So, ich mach jetzt ganz klar. So. Ich hab immer 400. Ich dachte jetzt schon. Alter. Toll, wie soll ich denn so viel... Ich bin ja auch ganz schlecht heute. Also links oder rechts. Szene. Ob man das wiederholen kann? Du hast es nicht geschafft, die erforderliche Anzahl an Helmen einzusammeln. Du solltest vielleicht das Transportkatapult verwenden, um wieder... Versuch... Ja, komm, das überspringe ich jetzt mal einfach. Und versuche es einfach noch mal. Das ist, man sieht die gar nicht. Und nochmal. Weil es so schön war. Ich hab's aber wieder nicht hier drauf geschafft. Weil ich auch die falsche Tasse gedrückt habe. Daher. Ganz einfach. Ich hab nicht springen gedrückt, sondern irgendwas anderes. Na. Da hab ich's ja da wieder nicht drauf geschafft. Da. Da. Oh, das kann man sehen. Oh, das kann man sehen. Alter, wie soll man das denn machen? Ich will die Belohnung haben. Ich will die Belohnung. Ganz einfach noch mal. Ja, komm. Ich will doch nur die Belohnung haben. Also, noch mal. Diesmal aber die Sprung-Taste. Da schaffe ich es aber irgendwie nie rein. Ich weiß auch nicht. Shit. Das ist dann doch ein wenig verdammt schwer. Ein wenig verdammt schwer. Auch geil. Egal, wenn ich jetzt lebe, verliere. Ist mir jetzt auch gewuscht, gerade mal so. Shade ich auf den 10er nicht gekickt. Ich bin schon wieder am Ziel. Ey, es hat nicht mehr... Okay, einmal noch. Einmal noch. Und dann war es das aber auch. Hier, komm. Auf. Was dauert das denn immer so? Das ist dann aber auch das letzte Mal, dass ich das mache. Da kommt mal überhaupt nicht hin. Ich glaube, ich glaube, das wird wieder nix. Ich habe schon wieder viel zu wenig. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. ja komm lass gut sein wird immer schlechter gut ich habe es leider nicht geschafft ich kriege keine belohnung ich hau dich jetzt ja glotz netto was solls so hier sind noch ein paar ich habe ich gesehen es ist dass er überhaupt man kommt da gar nicht hin alles das denn und wie geht es jetzt weiter mal da oben sind noch welche ich mir die erschleichen kann ich gehe einfach wieder hoch geht nicht unsichtbare wand also das mache ich nicht die dinge das da also mal schauen was das wohin führt ja auf ja 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 er fliegt auch mal da so kisten what the hell speichern hier gibt es auch wieder den shop guten tag mal sehen was ich auf lager habe das brauche ich nicht das brauche ich nicht das kolde kombo wut kombo jetzt habe ich beide kombos ha und ein schild du hast bereits die maximale zahl an schilden du kannst jederzeit wie was schreist denn jetzt so also speichern meine kollegen hier speichervorgaben ich sage damit hiermit erst einmal adios vielen dank fürs zuschauen und dann bis zur nächsten folge adios tschüss tschüss tschüss